Also übrigens auch eines der Top 3 Themen neben dem Change Management ist das Thema Test Management genannt in S4HANA-Projekten, wo die CIOs sagen, wir haben das Testen und die Testaufwände massiv unterschätzt und da wollen wir mal gucken, was da dahinter steckt. Test Management unter Kalm, Fabian Fröhlingsdorf, auf die Bühne bitte. Hi Helge Martin, danke. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bevor du einsteigst, möchte ich dich auch einmal ganz kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen, du bist jetzt auch einmal ein neues Gesicht hier bei unseren Events. Fabian Fröhlingsdorf ist seit 2008 bereits bei der Gambit, also eigentlich auch schon ein alter Hase, auch wenn er gar nicht so alt ist. Ganz so alt bin ich tatsächlich schon nicht, aber ja. Genau, hat nach seinem dualen Studium, das er bereits hier auch bei der Gambit absolviert hat, zunächst als Entwickler und Fachberater gearbeitet und jetzt seit knapp zehn Jahren ist er dann auch Projektleiter bei der Gambit und hat in der Rolle dann auch bereits in zahlreichen großen nationalen wie auch internationalen Projekten gearbeitet und verfügt dementsprechend auch über einen großen Erfahrungsschatz, auch im Thema Testen natürlich. Du hast natürlich auch schon die ein oder andere Testphase eben auch mitgemacht. Absolut, absolut. Fabian, zum Thema Testen in S4HANA-Projekten mache ich mal eine gewagte These. Also man hat da ein Standardprodukt, das ist ja ein wirkliches Standardprodukt, Public Cloud. Man hat Best Practice Prozesse, im Prinzip alles aus der Steckdose, wenn man so will. Was muss ich da überhaupt noch testen? Die Frage dürfte man ja stellen, oder? Berechtigte Frage bin ich dabei, Helge, aber am Ende ist es ja so, es ist immer noch ein in sich selbst zu konfigurierendes Produkt. Das heißt, ich habe ja auch in der Public Cloud die Möglichkeit, die ganzen Customizing Aktivitäten zu machen. Wir haben gerade eben ganz viel über Entwicklungsaktivitäten gesprochen und im Wesentlichen kann man natürlich, ich sage jetzt mal, nicht ohne irgendwie etwas getan zu haben, auch live gehen. Man braucht ja irgendwie auch eine Aussage gegenüber dem Management, eine faktenbasierte Aussage und dafür ist das Testen. Aber das zeige ich euch gleich und auch wie diese faktenbasierte Aussage eigentlich auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, hier auch mit dem Projekt live zu gehen, da kann ich euch gleich was zu sagen. Wenn wir jetzt mal ans Testen auch in unserem Public Cloud-Projekt denken, was gab es denn da so für positive oder auch negative Erfahrungen? Kannst du da vielleicht mal Beispiel nennen? Irgendwas, was herausgestochen ist oder vielleicht auch irgendwas, womit ihr so gar nicht gerechnet habt, was so einmal komplett neu eben für euch dann... Also man hat ja diese typischen Herausforderungen, die man in jedem Projekt eigentlich hat. Da geht es immer wieder um das Thema Ressourcen. Es geht immer wieder um das Thema Fehleranalysen, Fehlerreporting. Wie will ich mit solchen Fehlern auch eigentlich umgehen? Und eigentlich, was so die typischen Herausforderungen waren, die wir bisher auch wirklich in dieser Public Cloud-Konstellation jetzt auch kennengelernt haben, das war halt ausgehend von den Testskripten, aber natürlich auch in der... Wir haben es eben gesehen in der Überschrift, bei dem CALM. Weil, das erzähle ich euch gleich nochmal, wir haben auch hier versucht, einen neuen, modernen Ansatz zu nutzen, der auch einfach zukunftsfähig ist und der mit der Public Cloud 1A funktioniert hat. Und deswegen würde ich sagen, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber es gab diverse Herausforderungen und die stelle ich auch gleich nochmal vor. Super, eine Frage stelle ich mir dann noch. CALM steht da ja unter CALM Testmanagement und unter CALM. Braucht ihr den Solution Manager noch? Ist der noch im Einsatz bei euch oder habt ihr den abgeschaltet? Kurz und knapp, den haben wir abgeschaltet. Also, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Die SAP, natürlich gibt es den altbekannten Solution Manager immer noch, aber die SAP setzt ja auch strategisch immer mehr auf das Thema Cloud. Das haben wir auch von Christian Klein gehört, dem CEO der SAP. Und ehrlicherweise, CALM ist ein komplettes Cloud-Produkt und passt perfekt zum Testmanagement. Super, also, dann gucken wir mal. Gerne. Und ihr stellt bitte eure Fragen. Fabian, viel Spaß und bis gleich. Bis gleich, danke. Testmanagement unter Cloud. Vier T's für ein erfolgreiches Testmanagement. Wir alle kennen das Testmanagement. Wir alle wissen, in Projekten muss irgendwie was getestet werden. Aber bevor ich jetzt mal auf die ganzen Punkte eingehe, die wir auch im Rahmen unseres Cloud-Implementierungsprojektes hatten, vielleicht nochmal allgemein, was gehört eigentlich zum Testmanagement an sich selber? Zum Testmanagement gehört einmal der Testaufbau. Also quasi das, was möchte ich testen und das wie, nämlich wie will ich es eigentlich dokumentieren? Wir haben die Testorganisation. Im Rahmen der Testorganisation muss ganz, ganz viel Organisatorisches geklärt werden. Es müssen Themen behandelt werden, wie das ganze Thema, wie viele Testzyklen habe ich eigentlich? Wie viele brauche ich? Wie viele benötige ich? Und aber auch ein ganz wichtiges Thema, wer testet nachher eigentlich am Ende? Sind das die Fachbereiche oder gegebenenfalls andere Kolleginnen und Kollegen? Wenn wir das alles, dieses gesamte organisatorische Thema dahinter getestet haben, und das werdet ihr gleich sehen, das ist nicht einfach nur, wir drücken auf einen Knopf und dann testen wir, sondern es geht danach in die Richtung der Testdurchführung, also den Test zum Leben bringen. Hier ist es insbesondere wichtig gewesen und da werde ich euch auch so ein paar Insights geben, was so im Wesentlichen die Herausforderungen waren für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gambit-Fachbereich. Und last but not least, ich hatte eben kurz das Thema angegriffen. Wir hatten im Wesentlichen die Thematik, wie kriegen wir es hin, dem Management gegenüber eine faktenbasierte, richtige Entscheidung und auch Entscheidungsempfehlung mitzugeben. Und das ist aus meiner Sicht am Ende das A und O und schauen wir es uns mal an. Abschließend vielleicht noch das Thema Loops. Warum Loops? Weil dieser gesamte organisatorische Kreis natürlich für jeden einzelnen Testzyklus neu definiert werden muss. Testaufbau. Der richtige Testaufbau ist das A und O im Rahmen eines jeden Tests. Denn jeder muss erstmal wissen, was möchte ich eigentlich testen an dieser Stelle. Wir haben es eben gehört von Nico, der uns die Abdeckungszahl so ein Stück weit mitgegeben hat. Das waren 88 Prozent zum Best Practice in der Cloud. Also war für uns natürlich auch von allerersten Tag an klar, wir können auf Basis der Testskripte die gesamten Testszenarien aufbauen. Ich habe hier mal so ein paar Top-End-to-End-Prozesse für euch mitgebracht. Das ist im Wesentlichen das Thema Invoice-to-Pay gewesen, Receivables-to-Cash, aber natürlich auch unser Kerngeschäft, Thema Time-Recording-to-Expense-Based-Billing. Die gesamten Testskripte, die werden ja vorgefertigt von der SAP mitgegeben und an uns übergeben. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, naja, warum nicht? Wir empfehlen das auch unseren Kunden. Lasst uns doch die Testskripte nutzen, um die Testszenarien aufzubauen. Die zweite Frage ist jetzt das Thema, wo möchte ich eigentlich meine Testergebnisse dokumentieren? Weil typischerweise ist das ja so, die Testskripte sind der eine Part. Und jetzt muss ich natürlich auch überall abhaken, dass ich meinen Test durchgeführt habe, wie mein Testergebnis war und wo erfasse ich und nachverfolge ich eigentlich meine Fehler. Denn das sind ja im Rahmen eines Tests und auch im Rahmen einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer später ganz, ganz wichtige Dokumentationsergebnisse. Wir sind hier so ein Stück weit parallel gefahren. Das heißt also, wir haben uns zum einen auf Altbewährtes verlassen, zum einen die Testskripte im Rahmen einer ganz normalen Excel-Datei abgehakt. Aber wir haben auch den Gumbug an dieser Stelle benutzt. Der Gumbug ist für alle, die es nicht kennen, ein Tool von Gambit, wo wir in der Lage sind, Fehler zu erfassen, Fehler mit einem Status nachzuverfolgen und natürlich auch ein entsprechend Monitoring daraus zu ziehen. Aber dann haben wir uns eigentlich gedacht, mein Gott, wir installieren hier ein neues Tool, ein innovatives Tool, ein zeitgemäßes Tool. Das kann ja jetzt eigentlich auch nicht sein, dass wir hier mit Excel-Matrizen eine Testdokumentation durchführen. Genauso wenig über ein Fehler-Tracking auf dieser Ebene nachdenken. Also, da kam uns natürlich direkt der Gedanke, was bietet die SAP im Best Practice an? Das Cloud-ALM, also die KALM. Und das Schöne daran ist, wir konnten einfach die Testskripte der SAP nehmen, die Testskripte einspielen und damit war das ganze Thema auch schon fast erledigt. Wir konnten zusätzlich hinzu noch, wir haben ja, das sehen wir jetzt gleich nochmal, mehrere Tests in Summe und wir konnten dadurch auch relativ einfach von Test in Test überspringen. Wenn wir jetzt nochmal gucken, Testorganisation, was beinhaltet das? Das sind im Wesentlichen alle organisatorischen Punkte, die im Rahmen des ganzen Tests gemacht werden müssen. Womit beginnt das? Das beginnt als allererstes hier mit diesem Thema funktionale und integrative Testphasen. Anders könnte man auch sagen, wie viele Testphasen brauche ich eigentlich? Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier so ein Stück weit ein agiles Modell angewendet im Rahmen unseres Cloud-Projektes, in dem wir uns einmal funktional die Funktionen angeschaut haben, aber natürlich auch integrativ, also die Zusammenhänge. Funktional heißt an dieser Stelle, die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen sind nach der Fertigstellung funktional auf einige Punkte eingegangen, um hier schon Fehler aufnehmen zu können, die uns dann zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines integrativen Tests natürlich nicht mehr auf die Füße fallen. Das heißt, wir haben uns hier so ein Stück weit einfacher gemacht. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass wir integrative Themen behandeln müssen, integrative Themen testen müssen, denn am Ende des Tages ist es ja nun mal so, dass alles ineinander greifen muss. Also hatten wir auch hier in unserem Implementierungsprojekt sowohl einen End-to-End-Integrationstest, aber auch einen UAD- oder Abnahmetest, wie man ihn auch nennt. Testorganisationen, typischerweise ist es ja so, dass man sagt, nun, brauchen wir einen Testmanager, brauchen wir überhaupt ein Testmanagement oder macht das alles der Projektleiter mit? Nun, ehrlicherweise, es kommt natürlich so ein Stück weit darauf an, wie groß ist das Projekt an dieser Stelle. Aber wir haben uns hier in unserem Cloud-Implementierungsprojekt auf die Nutzung einer zentralen, koordinativen Stelle quasi vertraut, um die Zügel darunter alle in einer Hand haben zu können. Was heißt das? Wir haben einen Testmanager installiert, der quasi in der direkten Berichtsfunktion zum Projektleiter stammt. Dieser Testmanager hat die gesamte Testorganisation gemacht, er hat den gesamten Testaufbau gestaltet, er hat die Tests terminiert, er hat die Tests nachverfolgt, aber natürlich auch Fehler gemonitort, gereviewt und entsprechend nachverfolgt. Wir haben also mit dem Testmanager eine zentrale Verantwortungsstelle in unserem Projekt etabliert, um auch entsprechend handlungsfähig zu sein. und man mag es nachsehen, aber der Testmanager ist natürlich von seiner Funktion her natürlich direkt der Projektleitung unterstellt an dieser Stelle, sodass wir da auch im Rahmen der Projektleitung die gesamten Funktionen zur Verfügung hatten und auch alle Informationen möglich waren. Ja und dann ging's los. Die ganze Organisation war abgeschlossen und dann konnten wir uns auf das gesamte Thema Test konzentrieren. Die Tests sind gestartet auf Basis der Testskripte, die wir gemeinsam dann mit dem Fachbereich erstellt haben. Und wie das auch immer in so einem Test läuft, man hat immer mit Herausforderungen zu kämpfen. Wir kennen das aus unseren ganz normalen Implementierungsprojekten. Wir reden immer über Ressourcenengpässe. Wir reden immer über gewisse Maßnahmen und Risiken, die dabei entstehen in so einem Test. Also erstmal könnte man sagen, nichts Neues. Aber, wir erinnern uns, wir haben die Testskripte der SAP genutzt an dieser Stelle und die Testskripte in der Public Cloud unterscheiden sich natürlich nochmal zu einem wesentlichen Faktor als in der Private Cloud. Das heißt also, plötzlich waren wir aber auch hier mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Welche waren das? Nun, wir haben festgestellt, die Testskripte, die sind viel zu kryptisch. Das heißt, der Fachbereich, der hatte tatsächlich im Rahmen eines Selbststudiums, ist wirklich schwer, sich diese Testskripte anzueignen. Im Rahmen dessen kam es natürlich immer wieder zu Missverständnissen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass die Testskripte nur rein auf Englisch verfügbar sind. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, das geht so nicht, wir müssen hier nacharbeiten. Was haben wir also gemacht? Und das kann ich euch am Ende, wenn ihr eine Public Cloud implementiert, nur empfehlen. Setzt euch gemeinsam zwischen Fachbereich und dem Fachberater hin und geht gemeinsam die Testskripte Step für Step durch. Übersetzt, das schafft ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Testaktivitäten, die stattfinden. Das schafft ein gemeinsames Verständnis und besonders verhindert das auch ganz, ganz viele Verständnisfehler später in der Testdurchführung. Ja, ich habe euch hier mal was mitgebracht. Die Fehlerstatistik. In Summe über alles muss man sagen, ich finde 248 Fehler, das ist vollkommen in Ordnung. Aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, bei ganz, ganz vielen Projekten, je nach Größe und nach Umfang des Projektes, steht da meistens immer deutlich mehr auf der Uhr, um ehrlich zu sein. Aber was sagt uns dieses Diagramm? Das sagt uns so ein Stück weit, man muss ungefähr sagen, man hat circa ein Viertel, also 25 Prozent der Fehler, die so prozessuale Blocker waren, aber auch, und das ist der viel, viel größere Teil, kleinere Fehler, Unschönheiten oder aber auch sonstige Verständnisthemen an dieser Stelle. Wenn wir uns mal anschauen, was so die Topfehler waren, dann ist das typischerweise das Thema aufwandsbezogene Faktorierung gewesen, die Intercompany-Verrechnung mit unserer Gesellschaft in der Schweiz, aber auch das Thema Reisekosten hat uns tatsächlich, ich will nicht sagen graue Haare gemacht, aber das war über die Schnittstellenfunktionalität und den Pflichterweiterungen, die wir da einbauen mussten, nicht ganz so einfach zu handeln an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz muss man aber dazu sagen, das ganze Thema Fehlermonitoring kommt jetzt immer, immer wichtiger dann an dieser Stelle. Und ich glaube, und das ist auch, ja, das kenne ich eigentlich aus fast jedem Projekt, ja, ich habe noch keinen einzigen GoLive erlebt, wo das nicht der Fall war, wenn wir mal so in Richtung GoLive schauen, ich sag mal so, letztes Ende der letzten finalen Testphase, dann kommt da immer so ein Magengrummeln bei jedem auf. Ja, das ist ganz, ganz typisch, da kommen Unsicherheiten hoch und diese Unsicherheiten sorgen für unterschiedliche Stimmungen auch im Projekt. Ja, man könnte eigentlich schon regelrecht sagen, da kommt Lampenfieber hoch und die Leute, die kriegen das natürlich mit, die haben so ein Stück weit auch Angst davor, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte euch jetzt nochmal sagen, warum das Testmanagement an dieser Stelle eigentlich so unheimlich wichtig ist. Und dazu würde ich gerne jetzt mal kommen, denn wenn wir mal schauen, und vielleicht kann der ein oder andere das dann auch nachvollziehen, wir haben einen Integrationstest durchgeführt, wenn wir uns die Fehler da mal anschauen, dann sind die jetzt zum Gesamtverhältnis schon nicht ohne, wir haben einen sehr, sehr großen Block an wirklich schweren Fehlern. Und erstes Gefühl nach diesem Integrationstest, wie gesagt, rein nur Gefühl, hm, nicht so doll. Wenn wir uns den UAT anschauen, also den Abnahmetest, dann sagen wir, ja, das ist schon deutlich besser als wie das erste Mal. Wir haben da jetzt keine prozessualen schweren Blocker mehr drin, aber auch da, hm, Bauchgefühl lässt uns erstmal, ich sag mal, so ein Stück weit grummeln. Und dann kommen wir nochmal kurz vor dem Go-Live. Und vor dem Go-Live ist das immer dieses Bauchgefühl am höchsten und am stärksten. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, wie stark geht das, diese Fehlerkurve, denn dann da auch runter, dann kann man sagen, mein Gott, das, was wir geschafft haben, das ist enorm an dieser Stelle. Im Wesentlichen ist es also, was kann man faktenbasiert sagen? Man kann faktenbasiert sagen, wir hatten einen enormen Rückgang der Fehler in den einzelnen Testzyklen. Sicherlich, der Start war nicht fehlerfrei, aber erfahrungsgemäß kann ich euch sagen, welcher Start ist bei einem Go-Live schon fehlerfrei? Wichtig ist doch am Ende, dass die Prozesse sauber durchlaufen, dass wir keine prozessualen Blocker haben. Und genau diese Summary und genau auch diese Message konnten wir am 12.06. auch unserem Management mitgeben. Und auf Basis der Fakten konnte auch das Management grundsätzlich alle Bauchgefühle vollkommen ignorieren. Und wir haben damit eine, ich sag mal, entscheidungsfähige Empfehlung geben können, dass wir am 12.06. auch die STECO-Freigabe von unserem Management bekommen haben. Ich habe euch hier nochmal so eine Fehlerkurve mitgebracht. Das heißt also, wir haben hier oben nach dem ersten Test hier, nach dem zweiten und hier zum Go-Live hin. Das heißt, wir haben kontinuierlich Fehler bearbeitet. Kontinuierlich wurden von den Fachbereichskolleginnen und Kollegen die Fehler re-getestet, also neu getestet. Aber, und das dürft ihr nicht verkennen, das Testmanagement endet nicht hier. Sondern das Testmanagement muss auch begleitet in der Hypercare-Phase, also in der Phase nach dem Go-Live, gemeinsam mit dabei sein, mit am Werk sein. Weil, am Ende müssen wir natürlich schauen, dass wir in diesem gesamten Rahmen ein aussagefähiges Konstrukt haben. Und nach dem Go-Live können wir natürlich auch nicht sagen, wir lassen die Fehler jetzt alle liegen, sondern sie müssen kontinuierlich bearbeitet sein. Gut. Fabian. Na? Q&A. Das kann jetzt überraschen. Ja? Schön. Also, super. Kannst du uns da mal eine Einschätzung geben von diesen Fehlern? Was war denn da jetzt so SAP-seitig an Fehlern? Ja, also SAP-seitig, das Thema aufwandsbezogene Fakturierung, das lag tatsächlich bei der SAP an der Stelle. Beim Thema Reisekosten hatten wir eher, ich sag mal, so Konnektivitätsthemen, Austauschthemen. Aber auch da lag viel bei der SAP, weil in der Public Cloud, das ist ja nicht mehr so wie früher, dass da einer dann an den Schnittstellen so richtig rumschrauben kann, sondern man muss dann da auch natürlich so ein Stück weit auf die SAP vertrauen. Okay, super. Also, Sie haben ein paar Fragen aus dem Zuschauerkreis? Gerne. Dann würde ich mal mit der ersten anfangen. Und zwar, ein Zuschauer fragt, gab es denn Unterschiede zur Testabwicklung gegenüber Nicht-Public Cloud-Projekten? Und wie viele Ressourcen habt ihr überhaupt geplant? Wie viele Ressourcen? Ja, das ist eine gute Frage. Bei uns war es so, wir haben im Rahmen der Testplanung das so gehandhabt, wir haben für jede Aktivität einen, oder jeden Schritt vielmehr eine gewisse Zeitdauer geplant. Und diese Zeitdauer haben wir dann, ich sag mal, runtergerechnet. Und darauf basierend konnten wir dann sehen, alles klar, auf Basis der Kapazitäten, die zur Verfügung standen, im Rahmen einer Kapazitätsmatrix, konnten wir relativ einfach dann sagen, alles klar, da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 Ressourcen. Also, relativ einfach, ja, nicht über SAP richtig, sondern noch im typischen Excel geplant, das ist richtig, aber, mein Gott. Ja, hier haben wir zwei Fragen, die ich hier gerne zusammenfassen würde. Wie war denn eure Erfahrung mit der Nutzung von Cloud-ALM und würdet ihr im Rahmen der Testabwicklung Cloud-ALM nochmals verwenden? Absolut, ja, absolut. Ich fand, ich hatte immer noch diesen Gedanken von früher, wir müssen hier eine riesige Excel-Tapete aufbauen, mit Testschritten und so weiter, aber das war gar nicht so, denn wir konnten ja einen relativ großen Prozentsatz auch wiederverwenden und dadurch war es relativ einfach, diese Testskripte ins Cloud-ALM automatisiert von der SAP reinzuladen. Natürlich mussten wir die dann auch anpassen, aber am Ende war das ein enormer Vorteil im Rahmen der Planung, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, auch zu anderen Projekten, dann war das schon eine deutliche Erleichterung. Also, ich würde Cloud-ALM wiederverwenden, ehrlicherweise auch, was das, ich sag mal, neue Test-Cases für einen neuen Testfall angeht oder einen neuen Test angeht. Fantastisch, wirklich. Ich bin tatsächlich sehr überrascht gewesen, positiv überrascht. Schön. Ja, sehr gut. Auch wenn wir uns jetzt so langsam dann auch Richtung Mittagspause bewegen, würde ich sagen, Zeit für eine Frage bleibt noch und zwar eine recht allgemeine Frage, vielleicht noch zum Abschluss, zu welchem Zeitpunkt wird denn das Testmanagement jetzt mitgedacht? Wann macht man sich Gedanken darüber, wann, wie das Testmanagement geplant wird, wie du auch gesagt hast, welche Zyklen, wie viele Ressourcen brauche ich dafür? Typischerweise fangen wir an, wenn so die Implementierungsphase typischerweise beginnt, also klar, natürlich in der Konzeption, also in der Explore-Phase beginnen wir mit einem Testkonzept, was so die ganze Themendefinition angeht, wie viele Testzyklen werde ich haben, welche Tests will ich überhaupt ausführen, etc. Aber im Rahmen der Implementierungsphase beginnen wir dann mit dem ganzen Thema der Testplanung. Das heißt also, wir bauen die Testskripte zusammen, wir gucken nach den Kapazitäten, aber natürlich auch sorgen wir dafür, dass auch Testdaten aufgebaut werden, weil nicht nur im Rahmen einer Datenmigration müssen Daten getestet werden, sondern natürlich auch im Rahmen von der Neuanlage der ganzen Datensätze. Das heißt, das sind auch so alles Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss. Eine spannende Frage finde ich hier noch. Wenn du sie nicht beantworten kannst, dann verschieben wir die noch in den Nachmittag rein, weil da haben wir das Thema nochmal. Habt ihr in der Testphase auch die Quartals- und Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt? Ja, natürlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, ziemlich gut, weil das halt auch sehr, sehr aufwendiges Thema ist. So einen Jahresabschluss macht man ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich an der Stelle. Natürlich, das haben wir berücksichtigt, sowohl Quartal als auch Jahresabschluss an dieser Stelle, weil am Ende ist es ja so, wir müssen ja sicherstellen, dass alles funktioniert. Und typischerweise, wenn man jetzt mal schaut, wir haben am 12.06. war der Go-Live, da müssen wir natürlich die Funktion Jahresabschluss getestet haben, weil wir können ja nicht sechs Monate später wieder in einen erneuten Test reingehen. Und ich glaube, das ist einfach ein absolutes Muss für jedes Projekt. Super, danke schön dafür. Fabian, vielen Dank dir. Vielen Dank an euch. Damit bist du auch entlassen. Dankeschön. Bis dahin.